Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jürgen Költl. Ich darf Sie begrüßen hier im Ochsenkopf Outdoor Bike im wunderschönen Fichtelgebirge in Bischofsgrün und möchte Ihnen jetzt ganz kurz unseren Ochsenkopf Outdoor Bike vorstellen mit verschiedenen Stationen hier. Wir haben also im Moment drei Parcours. Einmal den Einsteigerparcours, dann den gelben Parcours für Fortgeschrittene und dann den roten Parcours für die ganz Extremen. Zudem haben wir auch noch einen Kinderparcours ab drei Jahre, auf dem ich mich jetzt hier niedergelassen habe. Und dort ist es gleichzeitig der sogenannte Einweisungsohn. Ersten Sicherheitskarabiner, einhaken, auf dem zweiten Einhaken. Ganz wichtig, wenn ich ein Rollenseil überquere, dass beide Sicherheitskarabiner vor der Rolle laufen. Die Rolle in die rechte Hand nehmen, dann mit Daumen und Zeigefinger einfach diesen Röpfluss nach unten ziehen, öffnen. Die Rolle dann von rechts her einlegen, dass sie rollt. Und die beiden Karabiner sind deswegen vorne, dass wenn ich, dass ich mir nicht also die Finger überrollen kann, wenn die beiden Karabiner vorne laufen kann, dann bin ich hier sicher eine Hand dann, die rechte Hand ist auf der Rolle. Die rechte? Die rechte und die andere Hand ist da oben. So. Genau. So. Das war's. Dann reinsetzen und dann war ich schon zur ersten Klasse. Also, bis gleich. Für den Parcours sind für Kinder bis 13 Jahren 11 Euro. Gruppenpreise ab 10 Personen dann. runtergestaffelt über 9,50 Euro und 8,50 Euro und für Erwachsene 19 Euro. Terminator 2 2015 Zudem haben wir ganz oben noch einen abgesetzten Team-Trainings-Palkur, der ausschließlich zum Team-Training geeignet ist natürlich für Firmen, für Events, Manager-Trainings und so weiter. Und manchmal musst du mal noch aufpassen, dass zumindest der Kleine in der Mitte ist. Man saust der vor und muss dann gucken, so ein bisschen klein um oben raus zu machen. Aber er hat es gemeistert. Hast du denn ein bisschen Angst gehabt oder überhaupt nicht? Ein bisschen. Ein bisschen, aber bist jetzt stolz. Ja, schön. Gut, dann viel Spaß. Ja, danke schön. Ja, danke schön.